Gab es einen kleinen Anpfiff in der Kabine vom Trainer? Jetzt nach dem Spiel? Ja. Sie haben es ja doch sehr spannend gemacht, phasenweise gegen Hannover Burgdorf. Ja, unnötig spannend kann man schon sagen. Ich glaube, Anpfiff ist zu viel gesagt. Er hat uns schon noch mal gesagt, dass es in uns nicht passieren soll, dass wenn wir mit sechs oder sieben Toren zehn Minuten Verschluss führen, dass es dann noch mal überhaupt so eng wird. Aber am Ende muss man, glaube ich, auch sagen, dass es hier eigentlich ein richtig schweres Auswärtsspiel ist und deshalb können wir auch froh sein über die zwei Punkte. Ein richtig schweres Auswärtsspiel, wo aber trotzdem ordentlich gezaubert wurde. Wir gucken mal drauf auf eines Ihrer Tore und da müssen Sie mir mal verraten, wie geht denn bitte sowas? Aus diesem Winkel noch den Ball ins Tor zu kriegen, sensationell. Ja, hat ganz gut geklappt auf jeden Fall. Freut man sich da persönlich auch ein bisschen oder sind Sie jetzt so cool, wie Sie gerade tun? Ja, klar freue ich mich. Ich glaube, gerade das Tor war noch ziemlich wichtig, weil es dann, ich glaube, es war nur plus zwei und dann war es das Tor zur Drei-Tore-Führung vier Minuten vor Schluss und deshalb freut man sich dann natürlich sehr, gerade weil es auch ein wichtiges Tor war. Wenn Sie eben in der Kabine waren, haben Sie sicherlich auch mit Kim Ekdahl-Durrier gesprochen, der in der ersten Halbzeit ja verletzt raus musste. Wie geht es ihm? Wie ist der Stand der Dinge? Ja, kann zumindest nicht gut auftreten, hat Schmerzen beim Auftreten. Mehr kann man leider noch nicht sagen. Es wurde zum Glück bisher noch nicht so dick. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen und dann alles Weitere werden wir dann morgen sehen.